Fullcent After Night Shift unterwegs in den Brauker Alpen. Kommt mit! Tag zusammen bei Potternander, raus aus der Nachtschicht, rein in die Bergwertung. Wir sind in den Alpen, in den Brauker Alpen in Gladbeck unterwegs. Auf geht's, ab nach oben, Richtung Windrad, da geht's lang. So, das ist doch wieder mal einzigartig. Guckt euch das an. Da hinten könnt ihr sehen, die Skihalle in Bottrop. Ein Tetraeder strahlt in der Abendsonne. Das ist so richtig pittoresk, hier bei uns im Pott. Wir machen ein kleines bisschen Haldenhopping. Das beste Rezept nach dem Nachtdienst, wieder rein in die Tagschicht. So muss das. Auf geht's! Musik 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 Und so, da sind wir schon wieder am Wanderparkplatz hier an der Mottbruchhalde. Kleine, spontane Halden-Tour gemacht hier nach dem Nachtdienst, dem Schichtdienst. Also was soll ich sagen, das ist eine feine, kleine, schnelle Haldenrunde, die doch wirklich auch abseits von den großen, populären Halden ist. Nicht weniger schön, echter Geheimtipp, ihr könnt auch viel erleben, eine ganze Haldenkette könnt ihr hier erwandern, die Brauka Alpen, mein Tipp für euch in Gladbeck, Ruhrpott Hardcore. Macht's gut, euer Schrömmi von Pottananda, bis bald, ciao.